Geriak und da kommt der Fass, Pfostenschuss wieder von Lina Kamis und sie reklamiert da, schauen wir nochmal hin Ja, Handspiel, ja, was macht ihr denn da? Ja, der Ball war nicht im Ausspiel, lief weiter und sie nimmt den Ball einfach in die Hand und nochmal diese kuriose Aktion, Bruna glaubt da wohl, dass der Ball im Aus gewesen sei aber warum Schiedsrichterin Gahl die Aktion hier nicht erkennt, das bleibt mir schleierhaft